In der Zahnmedizin, die dein Kofferdamm, das kommt aus dem Englischen Koffer und Damm, das heißt, wir haben dort eine wasserdichte Struktur, eine Verkleidung und einen Damm, sprich eine Dämmung, einen Deich und zusammen ist das dann ein Rubberdamm. Man sagt also, der Kofferdamm ist ein Bereich wie ein Spannengummi. Er dient zur Abschirmung des zu behandelnden Zahns vom restlichen Mundraum selber. Insbesondere bei Wurzelkanalbehandlung, einer Kunststofffüllung, einer Keramikeinlagefüllung oder einer Amalgamentfernung ist das sinnvoll. Somit wird der Zufluss von Speichel verhindert. Der Kofferdamm besteht meist aus elastischem Kunststoff oder aus Gummi. Neben der Abschirmung des Mundraums für die einfache speichelfreie Behandlung des eröffneten Zahnes wird auch darüber hinaus verhindert, dass Fremdkörper verschluckt oder eingeatmet werden können. Die Nachteile des Kofferdamms sind eventuelle Beschwerden durch die Druckspannung der Metallklammern, die am Zahn befestigt werden und das Risiko der Traumatisierung des Zahnfleisches, weil dieser Kofferdammklammer ja sehr nah und daran anliegt. Solange der Kofferdamm gelegt ist, kann der Patient den Mund auch nicht mehr komplett schließen. Voraussetzung für das Arbeiten mit Kofferdamm ist eine uneingeschränkte Nasenatmung, da der Patient ansonsten keine Luft mehr bekommen könnte. Der Kofferdamm erleichtert besonders bei längeren Behandlungen das Offenhalten des Mundes. Und mit der Kofferdammtechnik ist die absolute Trockenlegung auch unter dem Zahnfleischrand liegenden Bereichen möglich. Ihr seht also viele Vorteile und wenig Nachteile bringen eine Kofferdammlegung bei einer Operation, bei einer Offenlegung des Zahnes mit sich. Der Kofferdamm wurde 1864 von dem New Yorker Zahnarzt Sanford Christy Barnum in die Zahnheilkunde eingeführt. Dabei wurde der Begriff vom Wasserbau entlehnt. Ursprünglich diente er dazu, das Arbeitsfeld trocken zu halten, da es damals noch keine zahnärztliche Absauganlage gegeben hat. Heute nutzen wir ihn immer noch. Den guten alten Kofferdamm. Untertitelung des Zahnes